Was ist das? Ich male auf meinem Screen Ich male Ich male Ich male Hä? Hä? Bro? Alles crasht Alles crasht Also wisst ihr was Das wird mir jetzt auch einfach zu blöd Ich bin ein Teufel Ich bin ein Teufel Ich bin ein Teufel Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bitte jetzt weiter. Ja, let's go. Okay, Last Game für Rang 30. Abfahrt, rein da. Warum hat mein Brawler immer einen Schlaganfall? Digga, mein Brawler hat einen Schlaganfall. Was macht der? Was macht der? Musik 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 die diese was dieser was dieser was er hat mich die beitet nein sicher auf dass man schlägt das lief so gut Bye 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 Also ich sag euch Ich fass ganz kurz diesen Push Bis zu 1030 zusammen Wenn du den Brawler nicht spielen kannst Dann ist er der schlechteste im ganzen Spiel Wenn du ihn spielen kannst mit Abstand der Beste Also wirklich Benötigt sehr viel Skill Wenn man den aber mal hat Dann kann man auch solche Situationen meistern Da lief es gerade extrem gut Digga Geiles Bock Sag mal habt ihr es da bald mit eurer Gewinnetauscherei da oben Junge Was ist mit dem los Der steht da mit Dynamike in der Horde Tanks als wäre der Keine Ahnung Alter Der Auserwählte Aus der Zukunft Junge Und die stehen da alle um den rum Als wenn es irgendwelche primitiven Höhlenmenschen Die So einen Leibwächterjob Angenommen haben So einen unterbezahlten Digga Was ist denn los mit denen WTF Digga wie schlecht der auch ist Guckt euch den Schwachsinn an Ja Bro Also ohne Witz Jetzt wird es lächerlich Guckt euch Guckt euch Guckt euch Guckt euch Guckt euch Baut ihr in die Luft Was Digga wie lange braucht denn dieses Sch**z hier hochzuspringen Och Bro Mann Junge Monkey business going around here Das war's. Let's go man, last game, komm yalla. No, 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 no. Yassa Abi gibt einfach auf, chillig. Rang 31, let's go, wohl auch Zeit, Junge. Rang 31, let's go. Rang 31, let's go. Rang 31, let's go. Immer so lange braucht, um in die scheiß Luft zu kommen. Ich hätte noch easy gewinnen können. Ja, Mann, Junge. Hoch, hoch. Oh, mein Gott, Junge. Ach, Mann. Digga, dieser Jormam ist ja sogar Erster geworden. Der hatte so ein ADHS. Der hat gefühlt gewürfelt, bevor der wen angegriffen hat. Och, Junge. Ach, Junge. Also, wirklich. Diese plötzliche Entscheidung der gesamten Lobby auf mich zu gehen. Ich hab ja noch nicht Rang 2. Oh, mein Gott. Was ist das? Ich male auf meinem Screen. Ich male. Ich male. Ich male. Hä, 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 Bro. Alles crasht. Alles crasht. Sieht man das? Ich hab gemalt. Was ist das denn? Ich komm nicht raus. Ich komme nicht raus. 2.000 Jahre später. Also, wisst ihr was? Das wird mir jetzt auch einfach zu blöd. Ich hab... Es ist jetzt 6.07 Uhr. Ich war auf... Auf 1099 passiert so eine... Ich hab gemalt. Ich hoffe, man sieht das im Video. Digga, da hat sich irgendwie Paint geöffnet. What the fuck, Mann? So unnötig. Drei Games jetzt wieder weg. Och, leck mich doch am Zückerli, Mann. So, meine Damen und Herren. Wir haben jetzt 6.19 Uhr. Ich habe mich kurzerhand wieder beruhigt. Also, können wir mal darüber reden, was ich... Also, aus wie vielen Gründen habe ich bitte schon die Last Games verkackt? Es ist einfach nicht mehr menschlich. Ich bin jetzt viel zu sauer, um pennen zu gehen. Obwohl wir 6.20 Uhr haben und ich in der gesamten Nacht noch nicht geschlafen habe. Ich werde mich dafür in 12 Stunden sehr hassen, wenn die Kopfschmerzen reinkicken. Aber ich bin viel zu sauer, um jetzt mit diesem Gefühl ins Bett zu gehen. Und deswegen gehen wir wieder rein. In die Qualen. TR Hero hat mich gebacksteppt. Ich bin gerade so sauer, dass mir das auch egal ist. Den werde ich jetzt... Dinger, was mache ich mit meinem Leben? 6.24 Uhr egal. Ich werde den 30 Minuten snipen. Also, TR Hero kommen wir nicht davon. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Eilleratik. Erzähl, Kokosan. Bis zum nächsten Mal. Alter, wie langweilig muss euch sein in eurem Sch***sleben, Junge. Und schon wieder gehen alle auf mich. Ich bin nur noch sauer. Digga, ich bin für jeden von euch die geringste Gefahr an dieser Scheiß-Lobby, Mann. Was ist denn mit euch? Was ist denn mit euch? Was ist denn mit euch? Digga, dieser Hasskex im Inneren, das ist der Wahnsinn gerade. So, wir sind wieder im Last Game, Digga. Rang 32 Mikro ist an der Stelle ein Mehrfamilienprojekt geworden. Digga, kann ja aufhören, da mal einen Schlaganfall im Hintergrund zu haben. Schon viel besser. Ich habe jetzt noch Kopfschmerzen. Wir gehen rein. Abfass. Ich habe jetzt noch Kopfschmerzen. 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 Oh nein, ich dachte, die kommen zusammen runter. Oh nein. Supercell? Tut es nicht. Ich mein's ernst. Tut es nicht. Oh. Kill er,kill er,h como ich film. Kill er,kill er,h como ich film. Immer Mahar chairman. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Rang 33, 32, also selbst das krieg ich nicht mehr hin, ich geh jetzt schlafen. Rang 33, 32, also selbst das krieg ich nicht mehr hin, ich geh jetzt nicht mehr hin, ich geh jetzt nicht mehr hin, ich geh jetzt nicht mehr hin.